ARD Text im Auftrag von Funk Ihr seid hier dabei, kurz mal in die Kamera, hallo, hallo Chat, hallo, hallo, das ist so ein bisschen die inoffizielle Fortführung von Life is Strange, zumindest was mich angeht, denn ich kenne Tales from the Borderlands noch nicht, ich habe offen gesagt noch nicht mal die alten Borderlands großartig gespielt, mal reingespielt sicher, aber nicht wirklich lange gespielt, deswegen bin ich sehr gespannt, was mich hier erwartet, ich kenne keine der Geschichten, ich kenne das Universum kaum Und ich habe aber echt nur Gutes von gehört und denke, das ist ein geeignetes Spiel, um es mit euch durchzuspielen Wir haben heute zwei Stunden, anderthalb Stunden oder so, wir haben morgen zur selben Zeit, das ist wichtig, auch nochmal knapp zwei Stunden und am besten läuft es wahrscheinlich sogar so, dass wir jede Woche Dienstags immer Borderlands spielen Hoi, toi, 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 ich hoffe das klappt alles, ja, mal gucken, vielleicht kann ich mir noch so ein bisschen, ich finde dieses Cell-Shading-Cosplay immer ganz geil, was Leute haben, wenn sie sich hier so die schwarzen, äh, die schwarzen, äh, wie heißt das, Outlines machen Mit so Tesafilm, könnt ich auch machen, mach ich vielleicht fürs nächste Mal Ähm, ja, Gruß an die Leute, das Spiel ist super, ihr sagt es auch gerade wieder und deswegen starten wir Kurz eine Info für alle, die jetzt erwartet haben, dass es so wird wie Life is Strange Ist ein ganz anderes Spiel, äh, ist natürlich auch im Gegensatz zu Life is Strange von Telltale, da weiß man mittlerweile, was man so ein bisschen erwarten kann Was die Rätsel und die Action und die Dialoge und auch die Entscheidungswege angeht Ich hab das Gefühl, dass es in der Hinsicht ein bisschen weniger weit gefächert ist wie Life is Strange, ähm, das soll uns aber jetzt auch nicht verunsichern Es ist auf jeden Fall ein tolles Ding, hat ganz viele Preise, unter anderem auch, äh, diverse Preise für Spiele des Jahres 2015 abgesahnt Und ich habe es leider nur in Englisch, ähm, ich glaub es gibt gar keine deutsche Version, ich hab die Untertitel angemacht Falls ich irgendwas noch machen muss, müsst ihr es mir jetzt sagen, zu spät, ihr habt ja 20 Sekunden Delay, hättet ihr früher machen müssen Ähm, so, ich drücke auf Play, es geht los, viel Spaß Episode 1, Zero Sum Ich bin super gespannt, ich hoffe, wir werden alle viel zusammen lachen Es wird auf jeden Fall nicht so traurig, wie Life is Strange Und natürlich ein bisschen exotischer, ein bisschen, ich weiß es ja nicht, aber ich nehme an, einfach ein bisschen Comic-hafter Na, kommt da was? Ich will immer nicht ins Intro reinreden, so wie jetzt, viel Spaß Ich muss lauter machen, ich höre hier kaum was Well, I have some time The Borderlands of Pendura were told to contain mysterious alien treasure trofes, filled with advanced technology and incredible power Vaults, the people called them And to seek one out was to earn you the title of Vault Hunter At least by me You could say Handsome Jack was one such explorer Though his methods could be seen as somewhat unsporting He ran the corporation Hyperion And died trying to claim Pandora as his own History's attention is fickle, my friends It will remember those pirates like Handsome Jack But forget the adventurers who risk it all for less Ah, obvious rewards Stories, legends Those are much better at getting at the real spirit of things Stories remember both sides of the tale Jetzt muss ich doch gerade mal gucken, kann ich mich auch umgucken? Ne, ich dachte gerade Jetzt muss ich dich oder? Ich dachte gerade Ich habe nochumen Ich mag die Charaktervorstellungen in Borderlands, fand ich schon beim Teamshooter sozusagen, bei dem anderen Genre in dem Borderlands vertreten war, richtig toll, zusammen mit dem Intro und der Musik und allem, es hat ja echt finde ich sehr viel Style What's happening? What is happening right now? I ask the questions Okay, then do you mind asking yourself what you're doing? Tell me about the Gordas project Is that what this is about? Look, Gordas is bad business. If you want a real hot investment I am on the ground floor of some property on speed Okay, 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 okay Don't be a smartass I'm not a patient person So just start talking Just where do you start when you're getting dragged through the desert and From the beginning Right I guess it all started with a promotion See, I'd spent my entire career up in Hyperion So I suppose that makes me one of the bad guys in this story And Handsome Jack He was the baddest guy of them all You must have stayed this long It must feel good to find a rabbit, you know I wanted to be just like him Take it It's yours, right? I mean You always said that Everyone did I gotta be honest I always thought it was sort of cheesy But hey Which resulted in a company overflowing with assholes Animals When Handsome Jack died It somehow got even worse It took some time to fit in But A few stabs and select backs A new haircut and the help of a couple friends I was on my way to get the promotion that was gonna change my life Scratch that Our lives for the better I was a little distracted It was a big day for us Luckily, Vaughn was Concentrating on the important things What's the first thing you're gonna buy? I know what Henderson's making I do his payroll If you're getting a fraction of what he earns you'll be rolling in it Uh, respect The second Hyperion comes with expectations It's not about money, Vaughn It's about the respect it gets you Yeah, you know who talks like that? Poor people that no one likes Respect It's nice, you know But it's not nicer than a summer home on Eden 7 Get your priorities straight We're meeting with a vet afterward to celebrate She booked us a table Yep Sounds good Look, we had to do a lot of awful stuff to get you to this point Do I regret some of it? Sure I do Every night it haunts my dreams But that doesn't matter now Because you made it You deserve this, man And don't ever think you don't And don't ever think about the Iridium Mind deal we put together Okay Those people have to work somewhere, right? They have to do it They have to do it We made it Okay, we're in this together If I'm moving up, we're all moving up You can be certain of that I appreciate that, Reese You know, people around here have short memories when it comes to that stuff You, me, Yvette We're gonna run this place Yes, we are All right, man Let's get that Hyperion face on Oh, right, yeah Blank stare Fake smile Sneer Raise eyebrow Oh, yeah That's the signature move Hmm Oh, we need some condescending It's a little too friendly right now Okay, tell you what It's anstrengend Like, if you ask me if there's anything up your nose How's that? There you go You don't respect me at all Perfect Mr. Henderson? Have a seat, Reese I'll just be a second No, I wasn't talking to you Yes, I'm talking to you now Yeah, but I don't want it in red I want it in black Because black is better Look, don't concern yourself with wine Das ist doch Family Guy Also nicht Peter Dann Ah, der Cop im Rollstuhl Mann, wie heißt der denn noch Eben noch geguckt daheim You'll look surprised to see me, Reese And if I'm reading the situation right And I usually am You're not too happy about it either This all came together quick So you might not have been in the loop But It's for the better At least for me Joe Ah, ich hab mich getrückt Ich hab grad den Chat geguckt Joe heißt er Stimme von Joe aus Family Guy You're going to be reporting to me now, Reese And I want you to know the promotion that you work so hard to get That's still coming to you Well, that's a relief Because Ah, this is about more than that, Reese It's about your future in this company Look, you want to know the reason why I'm in that chair and you're not For the exact same reason why North is North Sehr lustig, wenn man weiß, dass Joe im Rollstuhl sitzt Ach, egal Wird zu lange dauern Why every spaceship in the universe is shaped like a cock It's destiny race And men Real men Men like me Make their own And you can hold a grudge if you like No harm, no foul Your thoughts are your own But bad things can happen when you swim against fate Sometimes men find themselves standing in the way of other men's destiny You don't want to be that man Wow I could not have timed that better That really helps dramatically make my mistake Which is this This promotion Is going to take you out of the way of other people's destiny And put you on your own path And that, my friend Is why I am promoting you To Jerry Why isn't my new car digistructing in my office yet? Veskis, it's August Oh, August Cool, listen I actually have somebody here with me So Are you buying this vault key or what? Because I How did this happen so quick? I thought I'd have more time Of course I'm still interested Yes, I'm near a computer 10 million Yeah It's just that's a lot of money to get together on short notice I mean I'm not trying to be honest today, but I need time Okay, here is a new thing Ich kann mir wohl auch verschiedenes angucken noch Das kenn ich so noch gar nicht vom Telltale Game Design Yeah, 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 no, but LB um Echo Eye zu Do you want the money or not? Ah, okay, 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 okay Ja, ich verstehe It's not, no, it won't be a big deal Jeder hat personal catchphrase Ich mag den Hummer jetzt schon Also Das hat mich schon direkt überzeugt alles Yes Okay Hat er das jetzt Ja, hat er geladen, wunderbar Why are you trying to screw me on this? Oh, fine, just wait there, okay I can only be down at If it's gonna be 10 million dollars I'm gonna need another hour or two Okay Yeah, I'll be there in a bit Well, then just stay there It's a tourist shop, right? Buy a mug or something Sure, sure, sure Okay, say hi to your mug Damn it Ah, right Now, what were we talking about? Before we were so rudely We were lecturing me It was taking a while All right Your, uh, promotion Henderson Was a fool He didn't know his place He needed lesson number one Humility But you I respect you, Reese That's why I'm gonna make you assistant Vice Janitor No, no, you can't I'm the boss now, Reese I do whatever I want Report to sewage scout 23 So, also Effective immediately Aber gut, da kann man von lernen Ähm, ich würde sagen Ich, ich kündige Can you humiliate me? I quit Careful now, kid The only way you quit Hyperion Is the way Henderson did You're dismissed, Reese Verdumpt I'll let you know when I need my trash can emptied What the hell was that? He can't do this to us He just did No, no, no This can't be happening I'm finished, Will I'm finished You know this place is There's blood in the water And everyone can smell it No, no, no They can't Not yet Unless you don't quiet down We just gotta Keep it on the down low Until we figure something out Na gut, okay Das machen wir mal Nimm das Giftgas Janitor Reese to sector D-4-5-1 For trash cleanup Because that is your job now To clean up trash Trash with your bare hands Sorry, you were saying something I interrupted you Reese Why are you cleaning up trash? I thought you were getting a promotion Trash duty seems like the opposite of a promotion Vasquez screwed me out of the promotion He threw Henderson out of an airlock And demoted Reese to trash man Holy crap So does that mean you're not buying? Well, just try and lighten the mood And I didn't bring my wallet So if someone pays for me I'll tell you who's gonna pay Vasquez I don't know if he's the type to We can't let that prick get away with this We need to do something He just killed a guy Maybe it's better We lay low for a bit What? No way We get back The Steel The Steel Yes That is what I'm talking about What are you talking about? Vasquez set up a deal on Pandora For a vault key Whoa That must be why he got the promotion The only thing Hyperion cares about more than money is It's vault keys It's perfect I mean Not only do we screw over Asquez We have a freaking vault key What are they worth? Like a billion dollars? More Yeah, but we need ten million dollars right now to make the deal Hold please Done I'm not gonna lie That was impressive I'm in accounting And it's what I do Ten million bucks is chump change around here By the time anyone notices, we'll have a vault key Cool Well, looks like you boys got it all figured out I'm gonna go eat Alone Call me if you don't get killed, alright? Whoa, whoa, whoa Hey, hey We need your help We need clearance Transportation You're a requisition's master We need that stuff Yeah Maybe a loader bot or two Things get dicey Look It's one thing stealing from a bunch of poor suckers on Pandora You're talking about stealing from Hyperion But we're friends Friends help each other steal stuff I mean, that's how it works Richter used to steal candy bars His family still doesn't know where the body is Richter was an asshole and his family are assholes Come on, Yvette We're in this together One of us moves up, we all move up Yeah And by that same logic, in some way, we all just got demoted to janitor Do you really want that? Vasquez really screwed us, didn't he? Fine But I'm still hungry No problem We only got a couple hours Go withdraw the cash I'll get you guys clearance to Pandora Get you geared up And issue you a standard Hyperion town car What? Standard? Really? You can't spring for premium? Seat warmers Maybe a convertible or something Sure Yeah A convertible So Just so I got this straight You want me to get you a car to drive around Pandora That leaves you less protected? Right? Look It's just If you're gonna steal something No No No, don't worry I've got a car in mind Yeah Wow Da hab ich kurz mal Zeit Um zu resümieren Bisher super Ich mag den Humor Es tut mir leid Dass es nicht auf Deutsch ist Für die Die es nicht ganz verstehen Ich werd nochmal nachher gucken Ich glaub man kann auch nicht Auf deutsche Text Sprache umstellen Das hätt ich nochmal versuchen können Oh Das kriegen sie immer super hin Das kriegen sie wirklich immer gut hin Den Titel Und die Mucke dazu Und die Mucke dazu Das ist mir schon aufgefallen Wenn du wäldernst All your time is confused To busy an hour Du can't give it up And I get it always But I bet it won't change Alright Let's do it Das Jar Ich hab sieBERG Der Protok perchéام ja Das ist ein bisschen wie der erste Teil. Was haben wir denn noch? Warum? 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 Ich glaube wir... Ich glaube wir haben ihn verletzt. Wir sind jetzt murderers? Wir sind murderers. Wir sind murderers. Wir sind murderers. Relax Vaughn, es ist ein Skag. Sie sind wie ein Rappenstrahl. Es ist noch ein bisschen schrecklich. Ja. Kind of. Ich habe mir überlegt, wie viele von den Viechermann abgeknallt haben. Also... Was sagen wir, wenn jemand fragt, wo wir die Geld bekommen haben? Was bedeutet das? Ich meine, was sagen wir die Leute? Wir sollten eine Geschichte haben. Ich würde nicht sagen, dass wir sie von Hyperion stole. Das würde nicht gut gehen. Ich denke, wir brauchen ein Plan. Wir können nur sagen, es ist für Charity. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Wir sagen, wir sagen, es ist eine Art Art von Pandoran zu öffnen. Die Leute lieben Sachen, wenn es zu einer Charity ist. Sie fragen sich gar nicht, wenn es zu einer Charity ist. Sie fragen sich gar nicht. Also... Das sieht... nicht gut aus. Das ist doch so, hier! Was hast du gesehen? Es ist Pandora. Was hast du erwartet? Ich weiß. Ich glaube, ich glaube, ich bin jetzt mehr klar bewusst, dass ich 10 Millionen Dollar schäne für mich. In einem neighborhood, ich würde sagen, von Backplanet Nutjobs. Ich habe nur eine Vibe, duißt? Und nicht so ein Wuss. Wenn man so etwas sagen kann, ich manchmal vergessen, dass du das jemand der Mann sagen würde. Was ist... Was? Okay, schau mal. Es ist eine blöde, kohle Stadt. Nicht mehr, okay? Sure. Listen. One tap on the arm, and Yvette can send down a loader bot if things get too entertaining. That's true. And she gave me this. It is a stun baton. I do not know how it works, but it's definitely neat. Yeah, stick. Neato. God, I can't wait to be in that chair. You and me, Yvette. I mean, we bring this key back, and they're gonna make us the once and future kings of that place for sure. They'll send in a crew to use the key, and then that's it. Then it's kick back on the moon beach time. Don't think so small, my friend. We're not just gonna run Hyperion. We're gonna be responsible for plundering a vault. And you can count on two fingers the number of people who have even gotten close to that. Yeah. Hm. The tracker's beep beep beeping, but I don't see the place. It's the world of curiosities, right? Yeah, do you see it? No. Could ask one of them. They seem... normal-ish? Normal-ish enough? Anyway? I don't know. We can still just find it. I hate asking for help. We're on a very strict time limit here, Reese. If Vasquez comes down before we're finished... I mean... I don't even... Oh, ich kann mich auch mal richtig bewegen. Nee, ich kann doch nur... Na, ein bisschen schon. Okay, machen wir's mal strategisch. Ganz von links. Kann ich hier noch weiter nach links? Nee. Nee! Erstmal mit dem hier, der sein... Hi. Sir, yes, you... I think I'm gonna just skip this guy. Na gut. I have a feeling he's somewhat inebriated. Excuse me, but do you know where the world of curiosities is? Right. Well... Don't trouble yourself. I must grad nur mal versuchen, ob ich nicht doch mit dem versuchen kann zu reden. Hey, uh... Do you know where the world of curiosities is? Ah. Okay. Ein Nein hätte auch gereicht. Oh, ich will jetzt auch so'n Ding. Schön so'n Skark-Saté. Hi. Excuse me. Uh, Sir, do you know where the, uh... World of curiosities is? Uh... It should be around here. You lost. Um... What are you here for? Uh... Why do you even care? Because you're driving your ass-wagon all through my town. Kicking up Earth, stirring up spider ants. And when the spider ants come, people get killed. Sorry, um... We didn't... You're Hyperion. You egg-suckers ruin this town, you know that? Atlas were bastards, but at least they had the good sense to fail. When Jack came in, he turned everything to smoke. Oh, my God. Who called in the wambulance, huh? Wambulance. If you don't know where the world of curiosities is, stop wasting our time and just tell us. So we can move on to the next hole of garbage that you people call a suburb and see if their morons know any better. You know... When you so sagst... I thought the day was gonna be boring. Hey, little man. What's in the case? Hey, kitty cat. Show us what's in the case. Okay. Now, look. Before we get all bent... Is there like a convention or something? Oh. Bandits. You know what we got here? Rhys, do the... We got a couple Hyperion warmongers, gentlemen. The bot! Yvette, prime it! Already? Really? Just... Just... Do the menu. Okay, but don't go bananas. Äh, okay. Right shielded a machine gun. Ha! And do you know what we do with warmongers? Do you know what we do? Should we tell them what we do with Hyperion workers? Ganz schnell. Äh, Granaten, Raketenwerfer. Haha. So, und her damit. Das die auch immer auf den Leuten landen müssen. Got quiet all of a sudden. Okay. Hi. Haha. Hat er grad hi gesagt? Ha! Kill them all! Why isn't it doing anything? Angry eyes detected. Requieting instruction. It only does what I tell it to. Tell it to do something already! Please stop shooting me. Engaging target. See? He's okay. Okay. Immerhin kann ich ein bisschen was selbst machen. Tack, 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 tack! Er schießen! Ja, geh wieder schön zurück. Oh. Oh, gut. Der ist gar nicht so dumm. Komm schon. Komm schon! Ich hab da noch einen Raketenwerfer. Ah. Ah. Oh, shit. Weg, weg, weg! Ich verstehe mach! Ich höre! Gott, weg! Mut, weg, weg! Golösh! Oh, shit. Es war klar, dass sie den mit der Kohle irgendwie noch kriegen. Ha, ha. Geh jetzt! Quick-Time! Mann, du hast einen Roboterarm! Oh, ha, ha. Interessant. Komm, jetzt steck ihm das Ding. Oh ja, das ist eine fiese Ecke. Okay. Okay. Bisher läuft es ja eigentlich ganz gut. Ich meine, Telltale-Spiele sind nicht gerade durch herausfordernde Action-Sequenzen. Ah, vielleicht, wenn ich den hier golfe. Ja, immerhin, zwei auf einmal. Aber immerhin wird hier versucht, ein bisschen was zu bieten. Man darf nie vergessen, Telltale ist ja auch schon sehr massenmarktauglich und deswegen darf es auch nicht zu kompliziert werden. Also, es ist so ein bisschen, die Leute wissen ja mittlerweile, was sie da bekommen und wollen das dann auch genau so. Und ich glaube, man darf es dann auch nicht zu schwer machen, sonst würde man sich die Kunden direkt wieder verprellen. Das ist halt schade für uns, die wir ein bisschen mehr erwarten. Aber ich bin einfach nur froh, dass man wahrscheinlich mit solcher Art von Spielen noch mal eine andere Käuferschicht erreicht. Glaub ich fest daran. Das ist eher für Menschen ist, die lieber vielleicht auch einen Film sehen, als jetzt ein Ego-Shooter spielen zum Beispiel. Das ist ja dann doch ziemlich in der Mitte angesiedelt. Zwischen Film und Spiel. Was soll ich wissen? Dein Mannes-Bot hat uns beide ausgelöst. Jetzt bleibst du noch und sterb! Das ist alles, was ich wollte wissen. Wir könnten all das alles verhindern. Ow! Get your ass gone! Okay, okay, okay. Loader-Bot, put the car down. Sure thing. Bandits imminent. Please, do something! Weckon subsystem requires your attention. Alright, wir müssen jetzt improvise. Time to get funky. Okay. Optimize. Was passiert da? Ähm, was ist das? Okay, Raketen. Aha. Hier vielleicht. Jailbreak. Schön, ich jailbreak den Bot. Und dadurch wird der effizienter. Super. Ein toller Bot. Ein toller Bot. Die kommt von überall. Fatality. Oh nein, noch mehr. Leute, wie viel... Es lohnt sich doch gar nicht mehr jetzt mittlerweile. Alleine die ganzen Gräber, die ihr mittlerweile aushebeln müsst. Da seid ihr eine Woche beschäftigt. So ein bisschen wie BB-8. Warte, was? Warte, was? Das ist total nicht cool. Warum muss das Universum das Good tun? Oh, bitte. Oh nein! Nein! Aber der Geist ist weich. Komm schon, Rhys. Just sag uns, zu rennen. Oh, er hat nicht gebrochen. Wie? Na, okay. Evacuate. Dann kommt der vielleicht später nochmal wieder. Ah, die sind so auch erledigt worden. Das ist doch gut. Ich kann doch nicht den guten Laderoboter einfach selbst verstehen lassen. Ich kann nicht glauben, wir sind live. Ich meine, ich... Ich will niemals sehen jemanden's Geist kommen aus ihrem Nose. Never wieder. Das war das einzige schreckliche Erfahrung der ganzen Leben. Which... ...should wahrscheinlich be over by now. Aber es ist nicht. Für einen Grunde. Aber für die Leute, viele Leute... Oh, komm, es war ein bisschen Spaß, right? Du kannst nicht ehrlich sein und sagen mir, dass es nicht so gut fühlt sich, dass es nicht so gut fühlt sich, dass alle diese Leute ausfüllen. Okay. Ja. Es war ein bisschen... Es war ein bisschen... Es war ein bisschen... Es war ein bisschen... Es war ein bisschen. Wir werden noch ein paar Therapie in der Zukunft. Das wissen wir, nicht? Wir werden können. All right. Let's just find this guy, August. By the key. Get the hell out of here. Schön. Cooles Kuriositäten-Kabinett. Hier liegt so ein olles Gehirn rum. Hier ein alter Fisch. Was ist daran so besonders? An diesem alten Fisch, dass ihr den hier unbedingt aufheben müsst? Ah, schön. Da haben sie sich Mühe gegeben. Das ist schön gemacht. Ist hier noch was auf der Seite? Nee. Was ist hier? Auch nichts. Ist eigentlich schade. Da hätte ich mir ein bisschen mehr... Anklickbare... Dinger gewünscht. Die dann natürlich auch eine entsprechende Reaktion... Hervorrufen. Ach. Does every animal on this planet have to look like a giant monster? Oh, was kann ich denn hier mal ein linker Button scannen? Fucking hell. Twice the arms for twice the fun. They're the pet for everyone. Sehr schön. Das mit dem Analysieren muss ich mir noch merken. Das ist, glaube ich, leicht zu vergessen. Okay, und das ist mein Inventory. Benutzt das Auge? Achso, okay. Sagt mir das, was ich schon gemacht habe. Okay. All right, you know, the stuffed animals was one thing. But this is taking a turn I really don't want it to. Right this way to the world famous hall of Pandoran luminaries. Come face to face with icons of the planet's turbulent history and hear how each met their grisly fate. Please watch your step and marvel at some of the unexpected ends of life's grand design. There's nowhere else to go. Come on. Let's just get through it. Ich muss nochmal das Auge ausprobieren. Oh, ist ja noch viel mehr. Toll. Wird alles gescannt. It is said that certain rituals involving colored barrels can raise Splor Gould from its aquatic slumber to perform elaborate dance routines. Das muss ein Heidenspaß gemacht haben, die ganzen dummen Texte dafür zu schreiben. So wie unsere Produktbeschreibungen im Rocket Beans Shop. Ähm. Das ist der Badass Borok. Hunting Boroks is best avoided by small children, the elderly and anyone with a heartbeat. Seriously. Just run. They're not even tasty. Okay. Wir müssen kurz eine Pause machen, obwohl den guck ich mir noch an. Den Seated Man guck ich mir noch kurz an. Das ist Professor Penumbra. Cause of death. Stabbing. Last words. What are you gonna do? Stab me? Ach, wundervoll. Mag ich sehr. Gefällt mir richtig gut. Ähm. Wir müssen Werbung machen. Das ist sehr wichtig für uns. Äh. Ohne Werbung würden wir sterben. Deswegen werde ich jetzt in den Chat gucken. Ich hoffe ihr spoilert mich nicht. Danke, dass ihr's bisher auf ein Minimum beschränkt habt. Danke an Annabelle, die alle rausgekickt hat, die spoilern wollten. Und euch jetzt viel Spaß mit dieser folgenden Werbung. Danach geht's weiter mit Tales from the Borderlands. Ich habe es geliefert. Und es war das erste Mal. Ich habe es in den Toto. Ich mache das ein Pferd. Und wir werden es für alleа ch Circe.